Was macht dein Büro zu deinem Büro? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier so kleine persönliche Bilder von meiner Familie und auch kleine Liebesbriefe von meinem Kind und ich glaube, das macht das halt persönlich. Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am FZE? Also hier in der Außenstelle Berlin kann ich nur sagen, bin ich sogar mit einer der Ältesten. Ja, inwiefern senke ich den Durchschnitt? Also ich senke glaube ich nicht den Durchschnitt. Was ist deine Aufgabe? Ja, ich sage immer, meine Aufgabe ist ganz grob Mädchen für alles. Ich bin hier zuständig, empfange Gäste, bin zuständig für Hiwi-Einstellungen, Dienstreiseabrechnungen, alles was Bestellungen, Angebote, Einholen angeht. Ich bereite Meetings vor, sitze hin und wieder auch im Meeting mit drin und schreibe Protokolle. Und wenn Events anliegen, sei es das Frühlingsfest oder Lange Nacht der Wissenschaften, Weihnachtsfeiern, was auch immer, organisiere ich die Events. Ja, genau. Wie ist das Arbeitsklima in der FZE? Also ich kann natürlich jetzt nur von der Außenstelle Berlin sprechen und ich finde das Arbeitsklima hier super. Alle Kollegen verstehen sich, hier gibt es kein Zicken-Terror und es gibt irgendwas. Also ich fühle mich wohl. Wie oft bist du schon im Karo-Hemd gekommen? Ich hasse Karo-Hemden und von daher noch nie. Was ist das teuerste Ansatz? Okay. 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 .